Das ist so. Jetzt haben wir noch drei Matches und dann ist es so weit. Nach 19, 10 Jahren ist es nicht okay. Und wir werden sehen, wie es dann auch ist. Ja, ich würde sagen, die 15 Matches, die wir bis jetzt hatten, waren sehr positiv. Hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass wir vorher mitspielen oder haben mitspielen können. Und jetzt haben wir noch drei Matches und wir sind sicher das Ziel, dass wir sie gewinnen können. Und ja, vielleicht haben wir dann doch noch Top 3 Platz. Das wäre schon noch cool, wenn wir den letzten Saison einen coolen Abschluss erreichen könnten. Ja, ich bin jetzt die letzten drei, vier Jahre der Älteste in dieser Mannschaft. Ich habe natürlich auch eine Erfahrung weitergegeben und gewisse Tipps an die Jungs weitergegeben. Und deshalb, weil ich schon länger der Olde bei dieser Mannschaft bin, ist es glaube ich Zeit, dass ich aufhören kann. Und es ist glaube ich ein guter Zeitpunkt, dass wir hier das Kapitel abschliessen können. Und die Jungen machen jetzt auch ohne mich. Und ich bin in der alten Zack, die hier noch in der Mannschaft war.